Hallo und Grüezi miteinander. Mein Name ist Boris Baldingen. Seit April 2015 bin ich freischaffender Businessfotograf. Meine Leidenschaft ist, Menschen so zu porträtieren, wie sie wirklich sind und an den Orten, wo sie sich im Alltag bewegen. Das biete ich an für Einzelunternehmen, aber auch für grosse Unternehmen. Ebenso habe ich ein grosses Interesse an Social Media und den Menschen, die hinter diesen verschiedenen Accounts stehen. Das hat dazu geführt, dass ich zwischendurch mein Wissen über Social Media und Fotografie an diversen Veranstaltungen wie Seminare, Referate oder Workshops weitergeben darf. Mein Interesse an Social Media und Instagram hat auch dazu geführt, dass ich mit zwei grossartigen Menschen, Naomi Mehran und Adrian Seitz, die Influencer-Marketingagentur Meetmaker gegründet habe, und zwar im Mai 2017. Wir verbinden Brands aus dem Bereich Hotellerie, Tourismus und Food. Unser Angebot startet bei Coaching und geht über die Konzeption, aber auch die Durchführung von Instameets. Wenn ihr also zu einem von diesen Themen eine Frage an mich habt, lasst sie mich wissen. Mich selber interessieren Menschen mit spannenden Geschichten. Darum nehme ich auch immer wieder gerne an Networking-Events in der ganzen Schweiz teil. Es kann also gut sein, dass wir uns früher oder später über den Weg laufen. Wenn ihr mich seht, zögert nicht und sprecht mich an. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und jetzt noch zu dieser einen speziellen Frage. Und zwar habe ich mich ausgesucht, warum hast du oder was ist das Beste am Mändig morgen? Der Mändig ist für mich ein ganz grossartiger Tag, weil es ist ein weiterer Tag, an dem ich das mache, was ich liebe und was ich mit Leidenschaft praktiziere. Und zwar praktiziere.